Regenbögen bergen seit jeher für jeden eine gewisse Faszination. Doch nur wenige wissen etwas über ihre Entstehung. Diese Erscheinung liegt im Prinzip der Lichtbrechung zugrunde. Es lässt sich gut anhand eines einfachen Versuches darstellen. Bevor wir uns mit diesem Phänomen näher beschäftigen, müssen wir uns zuerst mit der Brechung von Licht auseinandersetzen. Die Lichtbrechung oder einfach gesagt das Abknicken von Licht tritt auf, wenn ein Lichtstrahl beispielsweise auf ein Glasprisma trifft. Hierbei wird, wie wir sehen, das Licht gebrochen. Dies geschieht stets beim Übergang von einem optisch dichteren Medium in ein optisch dünneres oder umgekehrt. Führt man das Experiment mit weißem Licht, zum Beispiel Sonnenlicht, durch, so wird ein Farbspektrum sichtbar. Die Entstehung dieses charakteristischen Farbverlaufs liegt daran, dass sich weißes Licht aus allen unsichtbaren Farben zusammensetzt. Die verschiedenen Einzelfarben, auch Spektralfarben genannt, breiten sich mit verschiedenen hohen Geschwindigkeiten aus und werden dadurch unterschiedlich stark gebrochen. Das entstandene Farbspektrum lässt sich in sechs Hauptspektralfarben einteilen. Diese sind Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie lässt sich denn mit diesem Wissen nun ein Regenbogen erklären? Zuerst einmal schauen wir uns einen gewöhnlichen Regentropfen aus der Nähe an. Wie in der Zeichnung dargestellt, ist ein Tropfen kugelförmig. Trifft Sonnenlicht auf einen Tropfen, der hier im Querschnitt zu sehen ist, wird es zuerst beim Eintreten gebrochen und anschließend auf der Rückseite reflektiert. Bei der Reflektion wird der Farbverlauf umgekehrt. Beim Austreten erfolgt eine erneute Brechung. Die Lichtbrechung bewirkt, dass das Sonnenlicht aufgefächert wird. Um jetzt zu verstehen, wie ein Regenbogen zustande kommt, schauen wir uns die folgende Schemazeichnung an. Grundvoraussetzung hierfür ist die hier gezeigte Anordnung von Beobachter und Sonne. Gegenüberliegend sieht man eine durch den fallenden Regen entstandene Wand aus Tropfen. Das einfallende Licht wird in jedem einzelnen Tropfen gebrochen. Der Betrachter sieht nur einen Teil des jeweils gebrochenen Lichts, wodurch der Eindruck eines Regenbogens entsteht.